Kommen wir zu den aktuellen Wetteraussichten und blicken wir dafür auf die Wettercam. Hier sehen wir Attergau, derzeit noch sehr bewölkt am Morgen, aber die Sonne kommt schon langsam durch. Nachmittags bleibt es aber, wie beispielsweise auch in Obergurgel, eher bewölkt. Die Sonne schaut eher selten durch. Heute weht eher heftiger Wind in ganz Österreich und weiterhin hat uns der Frost im Griff. Schauen wir nach Europa. Mit östlichen unangenehmen, stark böigen Winden lenkt Skandinavien hoch Hartmut, eisige Luft über Mitteleuropa hinweg bis nach Frankreich und Großbritannien. Das ist rund um Nord- und Ostsee sowie über den britischen Inseln mit Schneefällen verbunden. Tiefer Luftdruck verbunden mit Regenwolken hat die Iberische Halbinsel und Süditalien fest im Griff. Über dem nordwestlichen Schwarzmeerraum fällt Schnee. Blicken wir also nach Österreich. Uns erwarten heute viele Wolken und auch etwas Schneefall. Es gibt einzelne Sonnenfenster von Vorarlberg bis Oberkärnten und der Wind weht aus Nord bis Nordost und östlich von Wien und Grat sogar sehr stark. Es gibt heute höchstens minus 14 bis minus 3 Grad Celsius und in 2000 Metern Hörsäger um die 20 Grad Minus. Ja, im Westen schauen wir uns das Wetter im Detail an. Heute bleibt es also mit bis zu minus 10 Grad hier auch sehr kühl. Im Osten kann es eben noch kälter werden. In der Nacht erwarten uns eben auch bis minus 10 Grad und am Nachmittag kommt immer wieder Schneefall hinzu. Und dazu weht auch noch wirklich, wirklich kalter Nordwestwind. Schauen wir uns die nächsten sieben Tage an. Die nächsten Tage bleibt der Frost erhalten. Erst ab Donnerstag, Freitag lockert es dann wieder auf und erst am Wochenende wird es dann eigentlich wieder mild. Genauso auch im Osten. Also ab Sonntag kann man sagen, ist die Kältefront wieder vorbei. Ab Freitag lockert es schon wieder etwas auf, aber ab Sonntag kann man dann Entwarnung geben. Dann aber am Donnerstag erwartet uns nochmal ein richtiges Temperaturtief mit bis zu minus 17 Grad im Osten.